hallo liebe gartenfreunde die letzten tage haben wir mit viel mühe hier dass so einen kleinen hank angelegt da war viel unkraut drin und nun haben wir einfach mal alles hier weg gejätet und ein paar pflanzen gesetzt hier bei frühlingsblumen ich glaube auf der kamera lässt sich hier gar nicht so richtig schön wiedergeben wie es eigentlich aussieht sieht ganz hübsch aus jetzt müsste hier nur noch ein bisschen der rasen wachsen da werde ich mal vertikutieren und düngen und wird ein bisschen glück findet sich ja auch noch eine kleine familie hier keine vogel familie für unseren nistkasten wie gefällt euch das vielleicht postet ihr einfach mal einen kommentar und vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren